Ich rufe Tagesordnungspunkt 6 auf die Große Anfrage Dr. Daniela Sommer, SPD, Ulrike Alex, Frank-Kilo Becher, Wolfgang Decker, Lisa Gnadl, Jurgut Dügsel und Fraktion der SPD Umsetzung des nationalen Gesundheitsziels bezüglich der Gesundheit der Rund und die Geburt in Hessen 2021-92 zu 20.1109. Es beginnt die Redezeit von Frau Dr. Sommer. Bitte sehr, Daniela. Vielen Dank, Herr Präsident. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Bundesgesundheitsministerium stellte am 13.02.2017 auf 132 Seiten das nationale Gesundheitsziel bezüglich der Gesundheit rund um die Geburt vor. Ein guter Start ins Leben gelingt, besser gut versorgt und mit guten Rahmenbedingungen. Vielen Dank. Unterziele sind dabei, eine gesunde Schwangerschaft sowie die physiologische Geburt zu ermöglichen und zu fördern, dass das Wochenbett an Bedeutung und Anerkennung gewinnt und gestärkt wird und dass das erste Lebensjahr als Phase der Familienentwicklung mehr Unterstützung findet und dass Lebenswelten rund um die Geburt gesundheitsförderlich gestaltet werden. Die Geburtenrate steigt wieder, auch hier in Hessen. Das ist auch schön so. Die meisten Kinder kommen auch gesund auf die Welt. Doch ein gesunder, guter Start ins Leben ist nicht nur eine Frage guter medizinischer Versorgung, sondern die Rahmenbedingungen für Familien spielen eine wesentliche Rolle. Da kann Hessen etwas drauflegen. Wir haben eben schon gehört, auch in anderen Bereichen ist noch Luft nach oben. Wir verfügen über hohe Standards der Gesundheitsversorgung. Doch zeigt die Beantwortung der Großen Anfrage, für die ich mich bedanken möchte, dass in Hessen in vielen Bereichen Nachholbedarf ist und eben nicht so gut aufgestellt ist, dass es schade, denn gerade Eltern, die besonders belastet sind, etwa durch eigene Erkrankungen oder eine schwierige soziale Situation benötigen, so früh wie möglich passgenaue Unterstützungsmöglichkeiten, damit die Kinder gut ins Leben starten können. In 2017 erfolgten befürwortende Umsetzungsbeschlüsse in den Gesundheits-, Jugend- und Gleichstellungsministerkonferenzen der Länder. Ich hätte gerne gewusst, was das Land bisher aktiv getan oder umgesetzt hat. Das geht nämlich aus der Beantwortung der Anfrage leider nicht hervor, meine Damen und Herren. Vielmehr sind die Antworten schwammig und verweisen darauf, was die anderen Akteure und Organisationen der frühen Hilfe etc. alles so stemmen. Leider reichen die zehn Minuten nicht aus, um auf alle Versäumnisse der Landesregierung rund um Geburt, Kinder und Familien einzugehen. Aber lassen Sie sich mich ein paar Aspekte herausnehmen. In Hessen werden gezielte, evidenzbasierte Programme zur Ernährung und Bewegung in der Schwangerschaft nicht gefördert. Auch hat die Landesregierung keinen Plan zur familienorientierten Versorgung. Die schiebt sie auf die Kommunen und Träger ab. Es gibt weder ein Datenportal zu Geburtsorten noch zu Hebammen oder Beratungsinstrumenten oder Angeboten für regionale Versorgungsangebote. In Zeiten der Digitalisierung ist ein solches Angebot sicherlich sinnvoll und wichtig. Aber man muss es eben auch wollen. Aber die Landesregierung will es nicht. Das geht eindeutig aus dieser Beantwortung der Großen Anfrage hervor, meine Damen und Herren. Der Flyer, der gemeinsam mit dem Hessischen Hebammenverband gestaltet wurde, ist zwar ein Anfang, hilft aber auch nicht weiter, wenn man auf der Suche nach einer Hebamme ist und nach dem 80. Anruf, wie beispielsweise in Frankfurt, wenn man eine Hebamme sucht, doch keine findet. Und da braucht es eben mehr Unterstützung, gerade von den Familien mit Belastung. Und da wird eben auch die frühen Hilfen verwiesen. Aber die haben nicht so viele Ressourcen, genauso wenig wie es ein engmaschiges Unterstützungsportfolio in Hessen gibt. Das ist leider Fehlanzeige. Meine Damen und Herren, hier wünschen wir uns mehr Engagement der Landesregierung. Wenn wir bei den frühen Hilfen sind, die haben den Förderschwerpunkt nicht auf Schnittstellen angeboten, sondern das wird nur nachrangig behandelt. Dabei sind Schnittstellen und das sinnvolle Ineinandergreifen von Maßnahmen so wichtig für die Prävention und den Kinderschutz. Hinzu kommt, dass die Förderung der sektorenübergreifenden Zusammenarbeit aller Akteure rund um die Geburt laut Großer Anfrage auch gar kein Thema im Landesgremium § 90a ist. Da könnte Herr Minister einen Impuls geben und die Auseinandersetzung anstoßen und fördern. Im Bereich der Prävention und des Kinderschutzes verweist dann das Land auf die Familien- und Mütterzentren, Mehrgenerationenhäuser, Familienbildungsstätten, auch auf Lotsendienste. Die sind aber nur punktuell vorzufinden. Das ist eben auch das Problem. Wir haben tolle Angebote von Engagierten und Organisationen in Hessen ohne Frage. Aber es ist eben ein Flickenteppich und weit entfernt von einer flächendeckenden Hilfsstruktur. Was tut die Landesregierung, um das zu verbessern? Vielleicht könnten Sie uns das einmal erläutern oder prüfen Sie auch hier noch, was zu tun ist. Denn meistens erzählen Sie uns ja, dass Sie noch prüfen und wenn die Prüfung rum ist, dann kommt das Ergebnis, aber wir warten und warten und warten. Fakt ist, es gibt viele Hebammen, Ärzte, Kliniken bis hin zu Organisationen und Einrichtungen, die sich um die Belange von Eltern und Kindern kümmern. Dass das Land Hessen aber erstens so wenig darüber weiß und zweitens keine Ambitionen hat, das nationale Ziel so gut wie möglich strukturell und evidenzbasiert umzusetzen, ist alles andere als erfreulich, meine Damen und Herren. Im Sonntagsreden wird immer wieder gerne betont, dass Kinder unsere Zukunft sind, dass sie unsere Unterstützung brauchen. Da braucht es aber dann auch eine klare Vision, einen klaren Auftrag von oben und einen Plan, wie man das Ganze umsetzen will. Andere Bundesländer sind da schon weiter und engagierter als Hessen, beispielsweise Bremen, Brandenburg, Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen. In Niedersachsen gibt es sogar ein landesweites Bündnis, das die Ziele rund um die Gesundheit und Geburt vorantreibt. Das wäre doch einmal vorbildlich, liebe Landesregierung. Als SPD hatten wir Sie in der letzten Legislatur getrieben, endlich mehr für Hebammen zu tun. Wir wollten, dass eine Bedarfsanalyse auf den Weg gebracht wird. Jetzt gibt es mittlerweile aber einen runden Tisch, und ein Gutachten wurde auch beim Deutschen Krankenhausinstitut in Auftrag gegeben. Doch bisher schweigen Sie über die Ergebnisse. Uns würde schon interessieren, was wird denn beim runden Tisch so besprochen? Welche Maßnahmen werden in Hessen umgesetzt? Welche wohnortnahe Versorgung von Kindern und Eltern mit Hebammen soll demnächst hergestellt werden? Vielleicht können Sie das gleich noch einmal erläutern. Nachdem in den vergangenen Jahren ohne jegliche Reaktion des Ministeriums auf Hilferufe Geburtshilfen geschlossen wurden, hat das Land scheinbar auch kein Interesse an der Hilfe nach der Geburt oder diese jedenfalls nicht im Blick. Gerade in die Prävention müsste mehr Engagement fließen. Prävention bedeutet auch hier nicht, dass man durch Service Hessen zum Kindergesundheitsschutz über die U-Untersuchungen im Netz informiert. Das reicht nicht. Das Sozialgesetzbuch sagt klar und deutlich, dass Maßnahmen zur Primärprävention verhindern, dass Erkrankungen ausbrechen. Familien brauchen von Anfang an eine verlässliche Hilfe und Begleitung, flächendeckende Angebote, einen guten Zugang zu Angeboten, Vor- und Nachsorge rund um die Geburt. Eltern müssen sich darauf verlassen können, Geburtsorte und Hebammen als Stütze finden zu können. Dazu braucht es Steuerung und Strukturen, meine Damen und Herren. Beifall Freie Demokraten, vereinzelt CDU und BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Wir werden nicht müde, Sie da auch zu fordern, dass Sie sich da besser einsetzen für die Geburtshilfe, für die Prävention, für Hilfsmöglichkeiten zum Wohle der Kinder und der Familien. Dazu braucht es einen klaren Auftrag des Ministeriums, Koordination und Steuerung. Sie müssen Bedarfe erkennen und in ganz Hessen Prävention, wohnortnahe Angebote und Unterstützung voranbringen. Dabei sollte immer vom Bedarf der Kinder und Familien ausgedacht werden. Es braucht strukturelle Bedingungen, die das Land unterstützen muss. Es braucht Interdisziplinarität, also ambulant und stationäre Tätige müssen miteinander denken und planen und dann passgenaue Vorschläge entwickeln. Ich möchte noch einmal daran erinnern. 2016 war der Hebammenmangel der Landesregierung nicht bekannt. 2017 lehnten Schwarz-Grün die Hebammenstatistik, die wir beantragt hatten, ab. 2017 haben Sie im Oktober gesagt, ein Gutachten würde kommen, ab. 2019 haben Sie das dann beauftragt. Wir haben immer noch eine angespannte Versorgungslage geändert. Das hat sich bisher nicht. Sie arbeiten im schnellsten Tempo. Sie müssen endlich Fahrt aufnehmen, damit nicht nur ein Kind durchs Netz fällt. Meine Damen und Herren, vorbeugen ist besser als heilen. Sie haben auf jeden Fall noch Nachholbedarf. Ihre Antwort ist teilweise so schwammig, dass es viele Fragen aufwirft. Mit diesen werden wir uns erneut an Sie richten. Denn wir wollen nicht, dass nur ein Kind durchs Netz fällt. Denn jeder und jede soll von Beginn an die Chance haben, das Beste aus Ihrem oder seinem Leben zu machen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Dr. Sommer. – Nächster Redner ist der Kollege Pürsün. Danke, Pürsün, Freie Demokraten. Bitte sehr. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich habe Ihnen eines vorweg geschickt. Werte Kolleginnen und Kollegen der SPD-Fraktion, es war uns eine ausgesprochene Freude, diese Anfrage sowie die 45 Seiten Antwort dazu zu studieren, auch wenn die Fragen uns bisweilen schon sehr verwundert haben. Lassen Sie mich daher ganz klar sagen, wir Freien Demokraten sind dafür, dass Frauen und Familien jederzeit Zugang zu Informationen und Hilfen haben. Aber wir möchten Frauen weder zur natürlichen Geburt anhalten oder gar drängen. Gleiches gilt für das Stillen. Wir vertrauen darauf, dass Frauen diese Entscheidung ganz eigenständig treffen, solange nur sichergestellt ist, dass Informationen stets zugänglich sind. Zum anderen gab es nur bedingt Erkenntnisgewinn mit der Beantwortung der Anfrage. Das liegt sicherlich auch daran, dass diese Landesregierung sich natürlich gerne einen schlanken Fuß macht. Es wird viel auf den Bund, die Kommunen sowie Initiativen und Projekte Dritter verwiesen. Mit diesen Verweisen bleiben dann oft die Antworten knapp, denn dafür seien Dritte dann schließlich auch zuständig. Wir sind froh, dass die Landesregierung scheinbar keinen Bedarf sieht, hier für jeden Schritt der Schwangerschaft oder Geburt neue Richtlinien oder sonstige Vorgaben zu machen. Es gibt in Hessen, wie auch die Antwort deutlich macht, mannigfaltige Beratungs- und Unterstützungsangebote, Angebote für werdende Eltern, für Frauen, die Schutz suchen oder auch nur für Informationen. Das verdanken wir den vielen Einrichtungen und vor allem den Hebammen. Die müssen wir nur eben entsprechend unterstützen und fördern. Die Rolle der Hebammen wird in der Antwort immer wieder betont und aufgegriffen. Ich zitiere. Für werdende Eltern ist neben anderen beteiligten Professionen insbesondere die Hebamme, zentrale Ansprechpartnerin während der Schwangerschaft, der Geburt sowie nach der Entbindung. Das fasst es ganz gut zusammen. Das Wort Hebamme taucht in der Drucksache insgesamt 83 Mal auf. Das Thema Geburtshilfe und Hebammen ist hier in diesem Haus ein Dauerbrenner. Ich möchte mich aber einmal auf die Geschehnisse aus dieser laufenden Legislaturperiode beschränken. Bereits in der Debatte zum Haushalt 2020 habe ich kritisiert, dass keine Mittel zur Bewältigung des Hebammenmangels eingestellt sind. 2019 ist nichts geschehen. Ich habe auch prophezeit, dass sich das 2020 fortsetzen würde. Und, keine Überraschung, bisher lag ich damit bedauerlicherweise richtig. Der runde Tisch, der eingerichtet wurde, ist natürlich wichtig. Aber der stellt erst einmal keine Verbesserungen der Situation dar. Nun werden wir im Herbst den nächsten Haushalt beraten. Wir sind nicht nur gespannt, was der für den Bereich der Geburtshilfe insgesamt aber vor allem für die Hebammen bereithält. Schließlich hat das Problem immerhin Einzug in das Regierungsprogramm gefunden. Das muss nur leider erst einmal nichts heißen, wie wir ja wissen. Nun wurde 2018, es wurde schon erwähnt, ein Gutachten in Auftrag gegeben, ein Gutachten, das alle Antworten liefern sollte. Denn auf jede, wirklich jede Frage, die in den vergangenen anderthalb Jahren an Sie gerichtet wurde, Herr Staatsminister Klose, haben Sie unter Verweis auf das zu liefernde Gutachten beantwortet. Die Ergebnisse sollten im Herbst letzten Jahres vorliegen. Im Dezember 2019 hat sich erstmals der runde Tisch zusammengefunden. Wie kann so etwas fast ein Jahr dauern? Nur zum Vergleich, eine Schwangerschaft dauert ca. 40 Wochen, und dabei entsteht immerhin Leben. Noch im Januar dieses Jahres skizzierten Sie uns folgende Zeitlinie. Der Beirat soll über die Handlungsempfehlungen aus dem Gutachten im Februar beraten. Anschließend sollte der runde Tisch wieder einberufen werden, auch wieder ein Zitat, spätestens im zweiten Quartal 2020. Lieber Herr Staatsminister Klose, das Ganze scheint eine schwere Geburt zu sein. Die Zeit ist reif. Sie ist überreif. Der Geburtstermin für eine Lösung ist überfällig, Herr Staatsminister Klose. Ja, es war und ist die Corona-Krise. Aber Frauen werden weiterhin schwanger, und die haben kein Verständnis für ihr Nichtstun. Schon gar nicht werden Sie in dieser besonderen und herausfordernden Lebensphase nicht die notwendige Unterstützung bekommen. Also werden Sie aktiv und setzen Ihre Ankündigungen um. Liefern Sie das Hebammengeld, beseitigen Sie den Hebammenmangel, und sehen Sie dazu die entsprechenden Posten im Haushalt vor. – Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Pürsün. – Das Wort hat Frau Abg. Sandra Funken, CDU-Fraktion. Bitte sehr, Sandra. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich spreche heute für alle Eltern hier im Haus, wenn ich sage, es gibt nichts Vergleichbares mit dem Gefühl, dass frischgebackene Eltern erleben, wenn sie ihr Neugeborenes in den Armen halten. Die Geburt eines Menschen ist etwas Wunderbares und ein einzigartiger Moment voller Glück und Liebe. Die Bindung von Eltern und Kind, die Familie, die entsteht, ist der Grundpfeiler und die kleinste Einheit unserer Gesellschaft. Hier fängt alles an. Deshalb bin ich auch dem Sozialministerium sehr dankbar für die ausführliche Beantwortung dieser Anfrage, die eine gute Grundlage bietet, um auf einige Punkte näher einzugehen. Ich spreche hier aus eigener, sehr persönlicher Erfahrung, wenn ich sage, dass eben nicht immer alles wie im Lehrbuch abläuft und dass häufig Komplikationen bei der Geburt oder Erkrankungen von Mutter und Kind auftreten können. Wer Kinder hat und eine Schwangerschaft und Geburt erlebt hat, weiß, dass zwischen den höchsten Glücksgefühlen und großen Ängsten und Unsicherheiten oft nur ein schmaler Grad liegt. Die Befürchtung, Komplikationen zu haben oder etwas falsch zu machen, ist allgegenwärtig. Ich weiß, wie wichtig es ist, besonders in diesen Momenten jemanden als Ansprechpartner an seiner Seite zu haben. Meine Damen und Herren, es sind Hebammen, die in diesen Momenten den jungen Eltern helfen, Ängste zu nehmen, zu einer neuen Struktur im Leben zu finden und den neuen Alltag erfolgreich zu bewältigen und mit Rat und Tat und ihrer unschätzbaren medizinischen Kompetenz zur Seite stehen. Die Sicherung der Hebammenhilfe genießt bei der Landesregierung und den sie tragenden Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN höchste Priorität. Wir haben bereits viel erreicht. Wir wissen aber auch, dass noch etwas Arbeit vor uns liegt. Die Landesregierung hat schon 2018 das Deutsche Krankenhausinstitut und die Hochschule für Gesundheit Bochum mit der Erstellung eines Gutachtens beauftragt. Das wurde hier auch schon genannt. Das Gutachten zeigt, dass über 70 % der werdenden Mütter mit der Hebammenbetreuung zufrieden sind. Gleichzeitig werden aber Nachfrageüberhänge bei den Hebammen bestätigt. Die gewonnene Datenbasis bildet Grundlage für die Ausarbeitung des Zukunftsprogramms Geburts- und Hebammenhilfen, zu dem wir uns im Koalitionsvertrag ganz klar bekannt haben. Ich möchte an dieser Stelle Gesundheitsminister Kai Klose ausdrücklich danken, dass ein Haus mit dem runden Tisch Zukunftsprogramm Geburts- und Hebammenhilfe in Hessen ein Gremium geschaffen hat. Dieser bringt Vertreter aus Gesundheitsbereichen und Politik zusammen, um die Zukunft der Hebammenhilfen und Themen rund um die Geburt in Hessen aktiv zu gestalten. Meine Damen und Herren, genau das ist eine zielgerichtete Initiative. Ich frage mich, Frau Dr. Sommer und Herr Pürsing, in welchem Land Sie im Moment leben? Wir leben gerade in einer Pandemie. Die ganze Welt steht quasi still. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass dieses Thema rund um die Hebammen viel zu wichtig ist, um dies zwischen Tür und Pandemie zu besprechen. Es werden in enger Zusammenarbeit Konzepte erstellt, die die Situation der Hebammen weiter verbessern und die flächendeckende Versorgung auch zukünftig sicherstellen wird. Der Fachbeirat wird dem runden Tisch noch in diesem Jahr Handlungsempfehlungen vorlegen. In diesem Kontext begrüßen wir, dass die Bundesregierung und der Bundesrat mit dem Hebammenreformgesetz die Weichen für eine attraktive und modernere Hebammenausbildung gestellt haben. Zukünftig werden Hebammen in einem dualen Studium mit hohem Praxisanteil ausgebildet, welches nach einer staatlichen Prüfung in einem Bachelorabschluss mündet. Während des gesamten Studiums erhalten die angehenden Hebammen eine Vergütung. Diese finanzielle und akademische Aufwertung des Berufsbildes ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Meine Damen und Herren, ich bin überzeugt, dass wir hier auf dem richtigen Weg sind. Das Thema Geburt ist aber vielschichtiger, und daher möchte ich gerne noch eine Reihe an weiteren Maßnahmen nennen, die unsere jungen Familien gerade auch den Eltern in besonders schwierigen Situationen bereits zugutekommen. Ich nenne hier beispielsweise die frühen Hilfen. Dieses ist ein Erfolgsprojekt. Da es in den ersten Wochen von enormer Bedeutung ist, die Bindung zwischen Eltern und Kind herzustellen, ist das erklärte Ziel der Landesregierung, medizinische, psychische und soziale Probleme frühzeitig zu erkennen und niedrigschwellige Unterstützung anzubieten. Mit vielfältigen Angeboten, beispielsweise Elternkursen, Informationen zu gesunder Ernährung und Lebensweise unter Willkommensbesuchen erhalten junge Familien bedarfsgerechte Hilfestellung. Ein besonderer Fokus liegt hierbei auf Hilfeleistungen für Alleinerziehende und Familien mit Migrationshintergrund. Dafür stockte die Hessische Landesregierung 2019 die Bundesmittel von 3,2 Millionen € um 2,1 Millionen € auf. Damit ist in Hessen flächendeckend in allen Jugendamtsbezirken die Versorgung durch die Koordinierungsstelle der frühen Hilfen sichergestellt. Darüber hinaus gibt es in Hessen ein vielseitiges Angebot von Beratungsstellen rund um die Geburt, Familienzentren, Mütterzentren, Mehrgenerationshäuser und Familienbildungsstätten, welche alle mit der Prämisse arbeiten, bestehende Voraussetzungen für Kinder und Eltern zu schaffen. Meine Damen und Herren, in den vergangenen Jahren konnten wir besondere Fortschritte bei der Prävention von Alkohol- und Tabakkonsum in der Schwangerschaft verzeichnen. Genau das liegt mir hier besonders am Herzen. Hier ist viel Leid durch bessere Aufklärung und Unterstützung vermeidbar. Das Land Hessen unterstützt hier eine Vielzahl von gesundheitsvorbeugenden Maßnahmen und die Aufklärung über Tabak- und Alkoholkonsum in der Schwangerschaft. Raucherinnen erhalten so schon während der Schwangerschaft Hilfestellungen für einen Rauchstopp. In der Suchtprävention bestehen viele Kooperationen zwischen den Netzwerken für grühen Hilfen und Einrichtungen der zuständigen Fachstellen für Suchthilfe. Beispielsweise sind die Modellprojekte Happy Baby, No Alkohol und das bundesweite Alkoholpräventionsprogramm Halt, Hard am Limit zu nennen. Es bestehen noch weitere zahlreiche gute Projekte und Initiativen, die unseren Familien hier in Hessen zugutekommen. Wir befinden uns auf einem guten Weg und haben das nationale Gesundheitsziel gesund rund um die Geburt fest im Blick. Wir werden uns in dieser Legislaturperiode beispielsweise mit der Ausbildungs-, Vergütungs- und Versicherungssituation der Hebammen weiter beschäftigen. Wir werden auch an der Optimierung der Versorgung mit wohnortnahen Geburtshilfeeinrichtungen vor allem im ländlichen Raum weiterarbeiten. Beratungs- und Betreuungsangebote werden weiter ausgebaut. Meine Damen und Herren, vieles läuft gut und ist bereits auf dem richtigen Weg. Eins ist aber sicher. Die Gesundheit von Mutter und Kind sowie der Schutz von Neugeborenen, Kleinkindern und Jugendlichen bleiben weiterhin eines unserer wichtigsten gesundheitspolitischen Ziele. Beifall bei der SPD und der FDP sowie bei Abgeordneten der SPD Meine Damen und Herren, ich bin mir sicher, in diesem Punkt sind wir uns hier alle einig. – Vielen Dank. Beifall bei der LINKEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN sowie der Abg. Janine Wissler Beifall bei der LINKEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN – Zuruf von der SPD Vielen Dank, Frau Kollegin Funk-Krent. – Das Wort hat der Abg. Arno Enes, AfD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Familie – Vater, Mutter, Kinder und die ältere Generation – bildet das Fundament unserer Gesellschaft. In ihr werden Werte, kulturelle Identität, Gemeinschaftsssinn und Solidarität sowie vieles andere mehr herangebildet. Hier gilt es aber nun festzuhalten, dass die Familienpolitik der letzten Legislaturperiode und der aktuellen Regierungskoalition scheinbar gescheitert ist. Meine Damen und Herren der Landesregierung, denn Ihre Antworten auf die Große Anfrage der SPD ist einerseits nicht viel mehr als ein schwacher Schein Ihrer bis jetzt geleisteten Arbeit, andererseits ist an mehreren Stellen Ihren Antworten zu entnehmen, dass Ihnen scheinbar keine Informationen vorliegen, um die gestellten Fragen befriedigend beantworten zu können. Da stellt sich uns die Frage, wie Sie ohne Informationen überhaupt politisch gestalten bzw. arbeiten wollen, wenn dem Ministerium wesentliche Informationen fehlen. Ein nationales Gesundheitsziel lautet, eine gesunde Schwangerschaft wird ermöglicht und gefördert – schöne Worte, aber ohne Inhalt. Denn durch Ihre fehlende finanzielle Unterstützung mussten Krankenhäuser in Hessen wegen mangelnder Gegenfinanzierung bereits Geburtsstationen schließen. Durch diese fehlende Unterstützung haben Sie eine Vielzahl von schwangeren Frauen verunsichert, weil gerade zum Ende der Schwangerschaft die Frage, ob das nächstgelegene Krankenhaus mit Geburtsstation rechtzeitig erreicht wird, großen Stress bei angehenden Müttern verursachen kann. Beifall Freie Demokraten und vereinzelt CDU – Zurufe AfD – Auch das gehört zum Gesamtbild und ist ein dauerhaftes Versäumnis der Landesregierung. Mit Beantwortung unserer Anfrage zur Entwicklung der Geburten in hessischen Kliniken vom 0.02. dieses Jahres wurde deutlich, dass die Geburtenzahl in Geburtshäusern innerhalb eines Jahres um 8 % gestiegen ist. Wie reagiert die Landesregierung darauf? Wie steht die Landesregierung eigentlich tatsächlich zu den Bedürfnissen werdender Mütter? Es scheint die schwarz-grüne Koalition nicht wirklich zu interessieren, denn ein Investitions- bzw. Förderprogramm für den Neu- und Ausbau von Geburtshäusern gibt es bislang nicht. Weiterhin soll im Nationalen Gesundheitsplan eine 1-zu-1-Betreuung rund um die Geburt sowie die Anerkennung und Stärkung des Wochenbetts erreicht werden. Aber auch hier wieder nur theoretische Ziele, die in der Realität so nicht umgesetzt werden. Denn eine 1-zu-1-Betreuung ist aufgrund des bestehenden Hebammenmangels gar nicht gewährleistet. In den hessischen Krankenhäusern ist eine einzige Hebamme für mehrere werdende Mütter zuständig. Da müssen Sie sich die Frage stellen, was Sie gegen diesen Hebammenmangel denn nun eigentlich tun wollen. Auch die Absichten, das Wochenbett anzuerkennen und zu stärken, kann durch den Mangel an Hebammen nicht sichergestellt werden. Meine Damen und Herren, eine familienfreundliche Politik sollte Eltern die Wahlfreiheit geben, ob beide arbeiten gehen möchten oder nicht. Finanzielle Gründe sollten und dürfen hier keinesfalls ausschlaggebend sein. Alle die, die die Verantwortung für Kinder auf sich nehmen, sollten auch die notwendigen Unterstützungen erhalten. Junge Familien haben oft nur dann die Kraft und die Zeit, sich für Kinder zu entscheiden, wenn sie finanziell abgesichert sind. Hier liegt es in Ihrem politischen Verantwortungsbereich, Kinder- und familienfreundliche Strukturen zu schaffen, denn gerade hier bedarf es zahlreicher sozialsteuer- und rentenrechtlicher Korrekturen. Der Stellenwert der Familien wird deutlich, wenn man sich anschaut, dass Babynahrung mit 19 %, jetzt erst einmal mit 16 %, Mehrwertsteuer belegt wird, während Katzenfutter nur mit 7 % besteuert wird. Meine Damen und Herren, das kann doch so nicht richtig sein. Es fordert auch Sie zum Handeln über hessische Grenzen hinaus auf, dass dies nicht so bleibt. In Ihrer Antwort schreiben Sie, dass Familienzentren mit 13.000 € jährlich gefördert werden. Ihnen müsste doch eigentlich klar sein, dass diese 13.000 € in der Regel nicht einmal für eine Teilzeitkraft ausreichend sind. Familienzentren sollen niedrigschwellige Angebote zur Begleitung und Unterstützung von Familien anbieten. Die Hemmschwelle, ein unabhängiges Familienzentrum aufzusuchen, als beim Jugendamt vorstellig zu werden, ist auch wesentlich geringer. Diese Familienzentren gilt es viel mehr und stärker zu unterstützen. Denn eine präventive Hilfe von Anfang an ist viel besser und effektiver als der Versuch, später eine kritische Situation aufzulösen. Noch ein letzter und uns sehr wichtiger Punkt. Sie, meine Damen und Herren der SPD, betreiben hier nicht viel mehr als Schaufensterpolitik. Richten Sie den Blick auf die Kinderschutzambulanzen in Hessen, besser gesagt auf die einzigen Beiden in Frankfurt und Kassel, denn mehr gibt es ja nicht. Gerade der aktuelle Fall des Kindesmissbrauchs im mittelhessischen Stauffenberg zeigt doch, wie unheimlich wichtig diese Kinderschutzambulanzen sind. Täter gehen nicht zweimal zum selben Arzt, und man kann dem Arzt auch nicht den Vorwurf machen, einen möglichen Missbrauch nicht zu erkennen, wenn es das Verletzungsbild nicht eindeutig hergibt. In den Kinderschutzambulanzen findet aber eine interprofessionelle Zusammenarbeit von Ärzten aller Fachrichtungen statt. Nur dort können in schwierigen Fällen zuverlässige Diagnosen hinsichtlich eines möglichen Kindesmissbrauchs gestellt werden. Dass die Landesregierung und auch Sie, meine Damen und Herren der SPD, bei diesem Thema bisher ziemlich versagt haben, ist wohl unstrittig. Haben Sie doch nicht mehr geleistet, als nur die Antwort auf Ihre Anfrage zum Kinderschutz vom Februar 2019 zur Kenntnis zu nehmen. Lösungsvorschläge kamen von Ihnen bis heute leider nicht. Dabei wurde mit der Antwort der Landesregierung doch mehr als deutlich, dass großer Nachholbedarf im Bereich Kinderschutz besteht. Selbst die Bundesregierung teilt mit, dass die Fälle von Kinderpornografie um 65 % gestiegen sind. Der Chef des Bundeskriminalamtes geht von einer hohen Dunkelziffer aus. Allein dies sind schon Gründe genug, die Anzahl an Kinderschutzambulanzen weiter zu erhöhen. Meine Damen und Herren, die AfD arbeitet bereits jetzt an Anträgen zu den hier nun kurz angerissenen Themenkomplexen und wird diese nach der Sommerpause auch hier ins Plenum bringen. Denn in einem Punkt kann sich der Bürger sicher sein, wir betreiben keine Schaufensterpolitik, wir handeln, dafür sind wir gewählt worden. Vielen Dank. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Vielen Dank, Kollege Inners. – Als Nächster hat Frau Kollegin Anders, Fraktion BÜNDNIS 90 Die GRÜNEN. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen! Wir alle hier im Saal haben eines gemeinsam, und das ist vermutlich auch das Einzige, was wir gemeinsam haben, wir alle hier zusammen tatsächlich. Wir alle wurden geboren, und das in den allermeisten Fällen unter Schmerzen, verbunden mit Ängsten und Sorgen, und gleichzeitiger Freude und Erleichterung. Kein Blumenstrauß und keine Pralinenschachtel am Muttertag kann aufwiegen, was Schwangere und Gebärende leisten. Mütter schenken neues Leben, und dafür möchte ich allen Müttern meinen Respekt und meine Anerkennung aussprechen. Gebären ist Teamarbeit, und neben Mutter und Kind, die auf jeden Fall die Hauptarbeit in dem ganzen Geschehen übernehmen, leisten Hebammen und Geburtshelferinnen und Geburtshelfer einen sehr wichtigen Beitrag. Sie begleiten Schwangere schon während der Schwangerschaft, sie unterstützen während der Geburt, und sie helfen Familien in den ersten Wochen, in dieser Welt anzukommen und zurechtzukommen. Während dieser langen Zeit, von der Zeugung bis zum Abstillen, liegen immer gleich zwei Menschenleben in der Verantwortung der Hebammen. Tag und Nacht, 365 Tage im Jahr, ob mit oder ohne Corona, sind sie in Bereitschaft, teilweise unter schweren Bedingungen und mit niedriger Entlohnung. Mein großer Dank und meine Anerkennung gehen deshalb an die über 1.500 Hebammen und Geburtshelferinnen hier in Hessen, die ihren Beruf mit Herzblut und viel Engagement ausfüllen und die im letzten Jahr 60.000 Geburten begleitet haben. Das sind übrigens 20 % mehr als noch vor zwölf Jahren, um einmal die Geburtensteigerung und die Angriffe hier von rechts ein bisschen zu relativieren, zum Thema Gebärfreudigkeit von Hessinnen. Ich bin sehr froh, dass wir es im offiziellen Jahr der Pflegenden und Hebammen in Hessen geschafft haben, den runden Tisch zur Zukunft der Geburtshilfe zu initiieren. Ich bin sehr froh, dass diese Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen das Thema Schwangerschaft und Geburt in den Fokus nehmen und sich explizit in ihrem Koalitionsvertrag auch dafür aussprechen, die Situation von Schwangeren, Gebärenden, Wöchnerinnen und Hebammen zu verbessern. Obwohl wir alle geboren wurden, gibt es wohl kaum einen Bereich, der noch so voller Tabus und Mythen ist wie die Geburt. Während der Zeugungsakt täglich rund um die Uhr in vielen Medien aufrufbar ist, sind Geburten weniger präsent. Umso wichtiger, dass wir heute darüber sprechen können und uns angucken können, wie das nationale Gesundheitsziel rund um die Geburt in Hessen umgesetzt wird. Hier ist vielleicht auch noch einmal wichtig für die, die das nationale Gesundheitsziel gar nicht gelesen haben, einmal zu erwähnen, dass das nationale Gesundheitsziel Ziele für alle Ebenen in dieser Nation in ganz Deutschland ausspricht. Auf nationaler Ebene, auf Landesebene, auf kommunaler Ebene gibt es Ziele, die beschrieben werden und die wir in Hessen auch gerne umsetzen wollen. Unter der Beteiligung aller Gesundheitsminister der Länder und des damaligen Bundesgesundheitsminister Kröhl wurden fünf Ziele definiert, die eine gesunde Schwangerschaft, eine optimale Geburtssituation, die Bindung zwischen Mutter und Kind und das gesunde Aufwachsen eines Säuglings im ersten Lebensjahr ermöglichen sollen. Denn alle Akteurinnen im Gesundheitswesen sind sich einig, dass bereits Schwangerschaft und Geburt ausschlaggebend für ein gesundes Aufwachsen sind und die Grundlage für ein gesundes Leben bilden. Ich werde auf die ersten drei Ziele eingehen. Mehr wird in der kurzen Zeit auch nicht möglich sein, denn bis zu Ziel 3 waren es schon 94 Fragen, und die wurden ausführlich beantwortet. Ziel 1 ist, dass eine gesunde Schwangerschaft wird ermöglicht und gefördert. Die Beantwortung in der Anfrage macht deutlich, welche vielfältige Unterstützungsmöglichkeiten es in Hessen gibt. Ich teile da auch nicht die Einschätzung, dass es die nicht flächend gebe, weil gerade Familienzentren tatsächlich in ganz Hessen vorhanden sind, Mütterzentren, Familienbildungsstätten, Geburtshäuser, Hebammenpraxen, Gynäkologinnen, Schwangerschaftsberatungsstellen, andere Beratungsstellen für Familien sowie die Angebote der frühen Hilfen sind in allen Kreisen vorhanden. Die Koordinierungsstelle der frühen Hilfen wurde schon erwähnt, die in jedem Landkreis finanziert wird. Auch die Gefährlichkeit von Alkoholkonsum in der Schwangerschaft steht bereits im Fokus der Hessischen Landesregierung. Gesundheitsminister Klose ist Schirmherr der Kampagne Happy Baby No Alkohol. Dieser Verein betreibt aktive Aufklärungsarbeit und bietet eine Onlineberatung an, um das sogenannte fetale Alkoholsyndrom bei Neugeborenen zu vermeiden. Ein wichtiger Aspekt für die gesunde Schwangerschaft ist eine gute Vorbereitung auf die Geburt. Da wissen wir, dass Geburtsvorbereitungen sich sehr positiv auf eine interventionsarme und selbstbestimmte Geburt auswirken. Das ist wiederum eine wichtige Grundlage dafür, dass Mutter und Kind gut ins erste Jahr kommen. Leider wissen wir aber auch, dass nur 27 % von Frauen mit einem niedrigen Bildungsstatus überhaupt Geburtsvorbereitungskurse in Anspruch nehmen. Deshalb muss es hier unser Ziel sein, dass möglichst allen Schwangeren diese Kurse auch in ausreichendem Angebot zur Verfügung gestellt werden und dass diese auch diese Kurse besuchen können. Es ist von enormer Bedeutung, dass Geburten möglichst interventionsarm verlaufen. Da möchte ich Herrn Pürsün ausdrücklich widersprechen. Denn wenn Interventionsarm heißt, auch tatsächlich Kaiserschnitte vermeiden und auch die Geburtsform entscheidet darüber. Das sagt die Evidenz, wie es um die Gesundheit steht. Kaiserschnitte haben ein sehr hohes Risiko, wenn sie eben medizinisch nicht indiziert sind. Deswegen muss man die Frauen darin fördern, dass eben eine physiologische Geburt auch möglich ist. Die Frauen sollen die Möglichkeit haben, ihren Geburtsort und informierte Entscheidungen zu treffen. Es soll ein Mit- und Selbstbestimmungsrecht unter der Geburt den Frauen ermöglicht werden. Bei allen Maßnahmen soll eine kontinuierliche Betreuung gewährleistet sein. Das geht eben nur mit möglichst viel Personal. 99 % der Hessinnen gebären in einer Klinik. Da liegt die Kaiserschnittrate bei durchschnittlich 33 %. Das ist kontinuierlich hoch. Das ist auch leicht über dem Bundesdurchschnitt. Aber es gilt es, das zu vermeiden. Also muss die physiologische Geburt gefördert werden. Da braucht es Expertise und ausreichend Personal in den Kliniken. Wie man genau diese Interventionen vermeidet, zeigen viele Kliniken hier in Hessen. Marburg und Frankfurt sind Vorreiter und zeigen das schon seit Jahren, wie man Kaiserschnitte und auch Frühgeburten vermeiden kann. Da bin ich dem runden Tisch sehr dankbar, dass genau diese Expertise zusammenkommt und sich austauscht, damit das Gesundheitsziel der selbstbestimmten Geburt und der interventionsarmen Geburt in ganz Hessen umgesetzt werden kann. Das Ziel 3 ist die Unterstützung des Wochenbetts. Das ist die entscheidende Phase, um die Bindung zwischen Eltern und Kind zu fördern. Es ist entscheidend in diesen Tagen, ob das Stillen klappt. Auch hier muss ich Herrn Pürsün widersprechen. Alle Fachgesellschaften weltweit sind sich einig, dass Muttermilch die beste Ernährung für ein Kind ist und dass das auch gefördert werden muss. Wenn Sie sich die Evidenz anschauen, wie unterstützend gerade Muttermilch dafür ist, um Diabetes zu vermeiden, um Adipositas zu vermeiden, um Asthma und andere Allergien zu vermeiden, dann kann man nicht einfach sagen, das soll jeder einmal selbst entscheiden. Das ist die gesellschaftliche Aufgabe, die wir haben. Deswegen braucht es da große Unterstützung in vielen Bereichen und vor allem auch von Hebammen. Hier dürfte wohl der größte Handlungsbedarf bestehen. Es haben schwangere Probleme, eine Wochenbettbetreuung zu finden, obwohl sie ihnen gesetzlich zusteht, obwohl sie von der Kasse übernommen wird. Leider ist die Entlohnung von der Kasse nicht so, dass Hebammen tatsächlich davon leben können. Da ist eine Stunde für 37,50 € doch schon sehr genau kalkuliert. Da, glaube ich, gibt es noch deutlichen Entwicklungsbedarf. Viele Kommunen wie hier in Wiesbaden haben bereits gute Modelle entwickelt, um die Poolbildung von Hebammen besser zu organisieren, um Vertretungen zu organisieren. Aber hier bin ich mir sicher, wird der Rundetisch hessenweit eine gute Strategie entwickeln, um das umzusetzen. Da weiß ich nicht, ob Ihre Kritik so berechtigt ist. Wenn im letzten halben Jahr, also seit März, also seit Januar in Frankfurt an der Uniklinik schon an, wenn sich Akteure aus dem Gesundheitswesen wie Ärztinnen und Ärzte und Hebammen jetzt in der letzten Zeit doch Besseres zu tun hatten, als sich in enge Räume zu setzen und an runden Tischen Dinge zu besprechen, dann kann ich das sehr, sehr gut verstehen. Ich bin froh, dass Sie Ihre Arbeit vor Ort machen. Frau Kollegin, Sie müssen zum Schluss kommen. Wir wollen, dass es eine gute präventive Arbeit in ganz Hessen gibt. Das geht nur mit allen Akteurinnen und Akteuren. Deswegen gibt es den Rundetisch. Der Rundetisch wird seine Arbeit fortsetzen. Er wird das Gutachten auswerten und dann Empfehlungen geben. Wir, die tragenden Fraktionen der Landesregierung, und auch die Landesregierung, bin ich mir sicher, wollen diese Empfehlungen auch mit aller Kraft umsetzen. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN mit dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN von der 후보